Moin Moin und herzlich willkommen zurück beim Suicide Buggy Squad. Heute haben wir mal wieder ein Let's Play für euch. Mal wieder ist natürlich ein bisschen gelogen, denn wir haben in der letzten Zeit natürlich sehr wenige Videos gemacht. Ein Großteil davon ist zugegeben mir verschuldet, geschuldet, wie auch immer. Es liegt einfach daran, dass ich halt mit meinem Job ein bisschen viel zu tun habe, aber nicht nur daran, denn Battlefield 4 hat mir überhaupt nicht gefallen, auch Battlefield Hardline, die Beta, war ich jetzt nicht so unfassbar begeistert davon. Deswegen seht es mir ein bisschen nach, dass mir da die Motivation ein bisschen flöten gegangen ist. Und deswegen ist es heute auch ein BF3 Let's Play. Und zwar, wie wir im Squad Death Match gegen ein Paar aus der Community ankämpfen. Mit dabei sind Hauptmann Klaus, Breezer und Mametan. Ich habe allerdings einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe vergessen, mein Mikrofon mit aufzunehmen, wodurch meine Tonspur einfach fehlt. Und, ähm, tja, ihr nur Klaus, Breezer und Mametan hören könnt, ist natürlich auch witzig. Allerdings hört sich das manchmal ein bisschen sehr komisch an. Deswegen seht bitte darüber hinweg, das nächste Mal kommt was anderes. Beziehungsweise das übernächste Mal, denn das nächste Let's Play ist auch schon aufgenommen und auch mit der gleichen Kacke. Und aus dem Grund, das übernächste Mal, da hört ihr mich dann wieder im Let's Play. Ja, ich hoffe, es wird euch gefallen. Hier ist das Video und viel Spaß damit. Lasst uns ein paar Kritiken da, Likes, Kommentare, wie auch immer ihr wollt. Und viel Spaß, bis denn. Und hier hat man einen guten Überblick. Ja, da drüben sind sie. Ah. Hab ihn. Ich hab mal den Gang hier gecheckt. Oh, danke. Brauchen wir einen Sali? Okay. Danke, ganz noch. Ja, bin down. Von vorne ist einer. Oh, komm. Aus der Tür haben wir raus. Mit uns. Das Granate liegt. Ich hab ihn noch ein bisschen getroffen. Nein. Er wischt er mich noch. Der ist draußen. Der ist gut verlob. Ach. Braucht draußen, Sani. Äh, ja. Passt. Boah. 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 Nur direkt gleich die Freifregner. Ja, komm wieder. Was labt. Jetzt lassen wir hier weg. Hier ist von viel zu vielen Möglichkeiten kann man hier rein. Jetzt können wir ganz runter. Ja, bin ich schon. Hier, der Poolbereich ist hier. Hinter uns, ruf. Kommst wieder. Ich steck nach vorne. Ab rein. Oh, mehr. Granate. Ja, ich steck. Ja, ich steck. Lass hier schnell rein. Oben ist noch einer in dem Büro-Raum. Wir haben cool. Kommst wieder. Ach. Alter, wie viele wieder kommen. Oh, Mock, noch einer. Auch von der rechten Seite. Und unten wo sind welche. Boah. Boah, mein Neuen. Da sind wir auf dem Präsentierteller. Die ganzen Squads verbünden sich doch. Hahaha. Kann gar nicht sein. Wer hätte mir das damit gerechnet? Die ganzen Squads verbünden sich doch. Die Treppe kommen wieder. Ich bin wieder. Achter zwei. Kommen. Noch eine, unten. Komm, Pool. Pool, Pool. Ab ihn. Ah, no. Komm, beide wieder. Geh mal hoch. Runter, gesprung ein. Hier liegt noch einer. Dieser Duff, der ist einfach in meinen Magnus schon reingesprungen. Ich hab drei. Kommt einer runter. In meiner Position zwei Mammien. Kommt wieder. Die kommen wieder von oben. Trappenaufgaben. Ey. Neun, 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 sec. Kill, ist es. Na ja. Dann. Hab den letzten. Sieg. schöne runde ist euch vielleicht aufgefallen wir haben nicht so viel offtopic geredet unbedingt wie fabian das liegt uns nicht wir sind da eher taktisch veranlagt ich hoffe ihr könnt uns das verzeihen also ich rede lieber oft zurück herzlich willkommen schön dass ich eingeschaltet habe wenn ich verzöger kann ja mal was neues da oben ist erledigt er kommt hoch mitgenommen brustannahme noch ein da kommt noch was glaube ich immerhin die treppe und das ist zahlung mit auf dem anderen dach hat war der hat mich geil weil es da so viele wege da wollte ich krass hier oben hab ihn hab ihn da kommt noch jemand rappenaufgang alter doch jawoll so wo sich die granate andere das sauber jetzt ab ja jetzt haben sie mich von beiden seiten geschossen einmal die schräge hoch und einmal das nach längst was war das denn was war das denn was war das denn ja hat ja super funktioniert vier Mann sind gerade oben bei dem Aufgang wo wir rauf sind schau im wahrscheinlich ist auf ja gut da noch jeder gesehen äh warte ja warte ja ja ein freifahrer gemacht ich muss gemessen nein 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 herr wachmeister die 6 ihr wolltet gar nicht ich war noch einmal drin und musste dann auto fahren panic herzlichen gut ja hat er gekriegt von hinten ab in auslauben gerade habe ich erwischt Ich geh runter, danke für sie. Ich hab mir einen Repreaser, dann geh ich mir weg zurück. Ich hab hier nur gecheckt. Yo, ich hab Instance. Okay, erst mal safe. Von meiner Position, Hock9 an der Ecke. Verledigt. Ah, schreck mich nicht so. Hey, bleib mal. Ich brauch noch eine. Deck nach hinten. Oben wieder. Ab zwei. Komm oben. Oben hab ich drei. Ja, ich hab dreimal Hilfe bei Kehl bekommen. Hoch, 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 hoch. Das da mal in die Halle dann gehen. Von dort aus. Alter, da ist Mist. Einer Seite hoch. Ja. Ja. Hallo der. Was ist denn gerade los hier? Oh, da sitzt ja da an der Ecke. Läufst du, läufst du gemütlich an dem vorbei. Kommt einer die Dings hoch. Okay. Lass mal hier runter gehen. Lass mal hier runter gehen. Also auf dem anderen Dach. Musst ihr mich noch kurz rächen? Ja. Ja. Ganz schön. Er kommt wieder. Auf euch. Hab ihn. Hat mich. Hab ihn. Kommt wieder. Lass mal wieder ausweichen. Die Position. Der Sniper hat eine Granate. Er hat ein Geschenkel kommt. Von hinten. Der Dorf ist wieder. Noch einer. Ja. Hast du den? Nee, nee. Hab ihn. War der letzte. Weil es halt 38, also gefühlt 38 Etagen gibt. Ja, haha. Tschüssi. Macht's gut. Moin, moin. Wir sehen uns auf dem Schlappfeld. Tschüssi. raging. Tschüssi. Halle.